Zuerst löst ihr die Stativplatte vom Stativ. Als nächstes verbindet ihr die Stativplatte mit der Adapterplatte. Zum Anziehen der Schraube könnt ihr einen Schraubenzieher, eine Münze oder einen anderen flachen Gegenstand verwenden. Anschließend befestigt ihr die Stativplatte wieder am Stativ. Jetzt könnt ihr die Kamera auf den Adapter aufsetzen und so weit nach vorne schieben bis diese einrastet. Danach überprüft ihr ob die Kamera fest ist. Dann sichert ihr die Kamera. Dies macht ihr indem ihr den roten Hebel nach vorne schiebt. Um die Kamera wieder von der Platte zu lösen, zieht ihr den Hebel nach außen, schiebt die Kamera nach hinten und könnt sie dann von der Platte abnehmen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020